Sarga. Sarga ist der Name eines Engels. Sarga ist einer der himmlischen Schreiber. Sarga ist einer der fünf himmlischen Schreiber. Sarga war von Gott damit beauftragt worden, die 200 von Ezra diktierten Bücher abzuschreiben. Sarga gehört also zu den fünf Schreibern. Die anderen vier sind Asiel, A-S-I-E-L und Ethan, E-T-H-A-N, Dabria, D-A-B-R-I-A und Zeloikia, S-E-L-E-U-C-I-A. Also Sarga, ein Schreiber, einer der die Bücher aufschreibt. Auf gewisse Weise, wenn du dich ganz öffnest für Gott, kannst du auch spüren, wie göttliche Inspiration durch dich fließt. Wie du zum Instrument wirst von göttlicher Gnade und Inspiration.